Wie sich herausstellt, wurden bei allen Opfern des Monsters chirurgisch Körperteile entfernt. Dem Ersten eine Niere, dem Zweiten ein Finger. Wednesday, mir ist nicht wirklich... Dem Ritten eine Gallenblase. Und dem bärtigen Mann aus dem Versammlungshaus 2.10. Verstehst du, was das wohl bedeutet? Die Morde waren kein Zufall, er sammelt Trophäen wie ein erfahrener Serienmörder. Das ist doch ziemlich beeindruckend.